Servus und Willkommen bei Chexplay, bei einer neuen Folge von New Super Mario Bro für die Wii U. So, beim letzten Mal haben wir ja hier bei Mortons Pressfestung alle Steine noch geholt und uns fehlte eigentlich nur noch hier das geheime Level. Ich habe mal kurz etwas nachgeguckt, wo das sein könnte. So ist er nicht. Ne, da ist es auch nicht. In Spike Sandkasten soll es angeblich sein. Wollen wir mal schauen, ob wir es finden, ob wir da Glück haben. Ach, das gibt es doch nicht. Oh, der hat ja ganz toll angefangen. Hehehe, haben wir zumindest das Leben schon mal geholt. Ist doch auch gut. Ah, schon wieder. Das kann ich jetzt gerade irgendwo. Also... Das muss man auch erst mal hinkriegen. Also das darf man jetzt... Oh. So. Äh, ja. Klar, da kommt ja bloß der Pilz raus. Ich dachte, da kommt jetzt die Blume raus, aber ich bin ja gar nicht groß. Genug dafür. So. So. Dumm, dumm. Entschuldigung, ich habe Schüter ganz... Ah, warte mal. Das war doch hier, glaube ich, ja? Ja. Ups, das war jetzt nicht so... ...intelligent. Nein. Ehm. Das war wieder ganz große Klasse meinerseits. Da haben wir doch Glück gehabt. Ja, das soll irgendwo hier sein. Genau weiß ich es auch nicht. Nein, Gott. Nein, Gott. Ja. Also, angeblich soll das bei einem Block sein, in dem man nach rechts durchgehen kann. Mit einem Pfeil, wo man nach rechts zeigt, wo man durchgehen kann. Aber ja, ich komme nicht mal so weit. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, ich bin entfolgt. Entschuldigung, bitte. Auf ein neues. Na, was war das jetzt? Versuch 10 Millionen. Keine Ahnung. Meine Güte. Jetzt müssen wir da ein bisschen gucken, wo das sein könnte. Schau an, hier ist der Block gemeint. Okay. Haben wir das mal ausprobiert. Ja, das hat noch nicht so ganz funktioniert. Ah, nee. Ach, was soll's, ist mir jetzt egal. Hauptsache, wir haben den geheimen Durchgang gefunden. Das ist ja, finde ich persönlich persönlich das Wichtigste. Wir haben den Scheißdurchgang gefunden. Diesen Durchgang gefunden, ja. Oh, jetzt kommen wir ins Schnee. Ich dachte eher, das kommt da oben auf diesen... Allenberg, okay. Ja, dann lass uns mal überraschen, was da kommt, ja. Piranha Pflanzen auf Eis, okay. Oh Mann, einfach mal groß. Ach, fickt der schon wieder gut an. Ja, das war ganz, ganz große Klasse. So, hast von Nutt aufgepasst gerade eben. So, aber jetzt. Ja, jetzt wollte ich echt an die Röde rein. Hat nicht ganz so geklappt, wie ihr wollt, hä? Wie kann man seine Leben verbraten? Ich zeig's mal wieder. Ey, mein Gott. Oh, weiter geht's. Aber jetzt will ich in die Röde rein. Ah, hat geklappt schon mal. Das ist doch schon mal schön. Ah, da ist die. Sterben sind sie drin. Oh, nee. So. Ja, ganz toll. Mein Gott, das kann was werden mit dem Level. Nein, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Oh, Glück. Ja, jetzt mache ich das, was ich da sage. Ah, da ist sie. Ja, ich muss gestehen, ich habe etwas geguckt. Ja, ich bin ehrlich. Ach, komm. Aber wie gesagt, die sind zumindest schon mal ein bisschen schlauer. Jetzt wissen wir auch, wo die zweite Pflanze ist. Äh, Pflanze bin ich schon lüht. Ich meine natürlich die zweite... ...Sternmünze. Ja, danke fürs Gespräch. Da hätten wir jetzt noch ein Ding gekriegt, zumindest. Eine Feuerblume, vielleicht kriegen wir die halt nochmal holen. Ne, schade nicht. Nein, Gott. Also, jetzt stelle ich mich echt ganz grandios an in diesen Leveln. Mein Gott, mein Gott. 61 nur noch leben. 61 leben. Ich hatte mal fast 70. Ach. Was ist... Ich kann mir ja trotzdem noch ein Ding holen. Sehr schön. Aber jetzt. Also, zumindest etwas schon mal. Ja. Mein Gott. So, jetzt da. Ach, ich stelle mich da ein. Ich stelle mich da an. Wie der erste Mensch. So, da haben wir die zweite Stelle. Wir hören sich schon mal. Immerhin etwas. Diese dummen, rutschigen Dinger. Ey, das ist doch... Wieso stelle ich mich da so doof an? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht beantworten, aber ich stelle mich da sowas von doof an. Ach, sei ruhig. So. Aber jetzt. Aber jetzt machen wir das doch. So. Das brauchen wir jetzt ja nicht zum Glück. Nicht aufgepasst. Pass auf, jetzt fassen wir es auch gleich wieder. Mal machen wir es halt so. Ja, bleibst du mir weg. Ach. Ich sag ja, ich versausche wieder. Mein Gott. So, so. Oh nein. Ach komm, das ist doch... Das gibt es doch nicht. Das ist doch... 59. Ach. Mein Gott. Ja, danke. Ja, wenn du da einmal rauskommst. Das ist doch jetzt zum Mäuse melken, zum Ausrasten. An so einem bescheidenen Level da. 50 Millionen Mal jetzt. Mein Gott. Schaff das halt einfach. Mach das, was ich sag und nicht das, was du willst. Und alles ist gut. So. Da ist schon wieder... Und zack. So. Nummer 1. So, haben wir das endlich zum... So, jetzt da. So. So, jetzt hätten wir es fast geschafft. Naja, zumindest sind wir jetzt nicht ganz klein, okay. Ja, was soll jetzt das? Ach, gut. Äh. Ach, was soll es, bringt ja alles nichts. Jetzt haben wir so eine Steepheit nicht einmal. Sag mal es doch so. Ja. Wo landen wir jetzt? Oha. Oha, was ist denn das für ein Sprung? Entschuldigung nochmal. Ja, Heidewitzka, das ist jetzt ein Hüpferle. Der Wahnsinn. Das ist ja ein Hüpfer hier, der Wahnsinn. Ja, das ist mir jetzt egal. Toll. Der Wahnsinn. Hmm. Ja. 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 Was gibt's denn nicht schon wieder? Ach. Das ist doch ein bescheuertes Scheiß. Ja, komm, was soll jetzt das? Es nervt nur noch. Mein Gott, jetzt komm. Ich will jetzt das Level machen. Ich will jetzt diese ganzen Münzen haben. Gut, ist, das geht doch. Das ist ja... Das sollte man eigentlich meinen. Das ist jetzt doch gar nicht so schwer. Ja. Sollte man meinen. Bis man eines Besseren belehrt wird. Nicht, dass man dieses... Nein. Das gibt's doch nicht. Ach. Da musst du schnell sein, aber auf diesen doofen... Bleibt ein Grutzstuhl nur rum. Mein Gott. Doofen Piranhas da. Piranhas? Keine Ahnung, wie Piranhas heißen. Mein Gott, das sollte er nicht machen. Dann, wenn er diesen Scheiß... Entschuldigung, diesen Wandsprung macht... Wenn er nicht macht... Und wenn er machen soll, dann macht er nicht. Ja, das war jetzt gutes Deutsch, aber egal. Das ärgert mich jetzt grad. Sollte... Sollte... Nein. Das war wieder zu langsam. Jetzt war ich wieder zu langsam. Mein Gott. Das ist ein Split zum Zählen. Der dritte ist es. Nein. Ach, ich habe es dann gleich gerüstet. Ich habe es dann gleich gerüstet. Ja, dann seid halt Piranha-Pflanzen auf Eis. Aber seid kalt, die Piranha-Pflanzen auf Eis. Das ist eh unrealistisch, dass die da wachsen. Das ist Eis. Das war's. Nein! Aber schau, das kann man auch so schaffen! Ah, das musst du gar nicht so machen! Ne, halt doch, musst du, sonst schießen die nicht da oben! Oh, sowas Bescheides! Naja, zumindest etwas... Oh, als hätte ich das Fass gehabt... Das war jetzt Glück! Boah! Nein, was machst du denn? Mach halt das, was man dir sagt und nicht immer irgendwas anderes! Das ist Kruz-Cynesen! Was ist denn das so bescheuert schwer! Ach! Boah, halt das machen sie ja auch! Aber ich bin groß, also müsste ich das doch auch hinkriegen! Ne, da oben ist sie und da komme ich nicht hin! Ja, danke für's Gespräch, du... Komm, hier! Boom, tot! Ja, ich weiß jetzt, was ich mach! Komm, mit dem müsst ihr doch hinhauen! Ach, sei ruhig! Ja, das ist das so bescheuert! 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 Wieso komme ich nicht gleich auf die Idee? Ich nehme einfach einen Power-Up! Ach, ich bin ja sowas von dämlich! Nein, Gott! Blät, blät am blätesten! Ja, habe ich gezeigt! Naja, haben wir das nächste freigeschalten! Ist doch auch schön! Naja... Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen! Auch wenn ich jetzt sehr große Schwierigkeiten hatte, hier in dieser Sandküchenwüste, in dem Piranha-Pflanzen auf Eis, da habe ich mich ja so dämlich angestellt! Wenn's euch trotzdem gefallen hat, lasst doch bitte ein Abo da! Oder auch gerne Kommentare! Verbesserungsvorschläge sind auch immer gern gesehen! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!